Hey, du bist gerade mit der Schule fertig und hast da einen Abschluss in der Tasche? Glückwunsch! Dann kannst du jetzt endlich deine alten Klausuren vergessen und uns deine Bewerbung zu senden. Bei uns kannst du dich entscheiden. Entweder für eine Ausbildung oder ein duales Studium. Beides in Top-Qualität und mit einem super Ruf. Und wenn du damit fertig bist, geht es gleich nahtlos weiter. Bei uns wirst du grundsätzlich übernommen. Profitiere von flexiblen Arbeitszeiten. Damit du immer genug Zeit für deine Hobbys hast. Und das wird dich besonders freuen. Für beide Ausbildungsgänge bekommst du eine überdurchschnittlich hohe Bezahlung. Damit du auch mal in den Urlaub fahren kannst. Und weißt du, wo dich all das und deine tolle Karriere erwarten? In der hessischen Finanzverwaltung. Mit ihren 35 Finanzämtern. Ein duales Studium oder eine Ausbildung. Überraschender als du denkst. Bewirb dich jetzt bei uns. Wir freuen uns auf dich.